Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Namibia. Wir haben Tag Nummer 15 und wir stehen weiterhin auf dem zweiten Rang. Inzwischen fast 100 Punkte hinter Japan. Und das wollen wir ändern, denn Japan ist ja die große Gefahr. Und wir müssen so gut es geht mit Japan Schritt halten. Und das geht nur, indem wir jetzt den nächsten großen Krieg anzetteln. Denn die Einnahme von Britisch-Ostafrika war zwar schön, aber hat uns ja doch einiges gebracht in Form von Ressourcen. Aber die Provinzen brauchen noch eine Weile, bis sie produzieren so richtig. Und wir müssen dringend mehr einnehmen. Japan ist riesig. Wir müssen irgendwie versuchen, unsere Wirtschaft jetzt zu stärken, bevor Japan unbesiegbar stark wird. Und das wird beinhalten, einen Krieg gegen Kamerun. Denn das war ja bereits geplant. Und dafür sind die Truppen auch bereits in Position. Ich hoffe, das wird funktionieren. Ich denke, es sollte. Sie haben bisher keine Artillerie, von der ich weiß. Sie haben auch keine Allianz, von der ich weiß. Von daher sollte das kein Problem für uns sein. Nigeria ist aktuell noch beschäftigt mit Marokko. Aber auch jetzt hier tätig. Sie werden vermutlich Esau-Tome angreifen. Eventuell sogar mit einem kleinen Kreuzer. Das könnte sein. Das ist ja gefährlich. Wir müssen schauen, was da passieren wird. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie das machen. Das ist für uns nicht so gut, weil ich wollte diese Hauptstadt eigentlich selbst haben. Aber mal schauen, was da passiert. Zunächst eben der Angriff gegen Kamerun. Ich denke nicht, dass Nigeria da konkret eingreifen wird, weil, wie gesagt, keine Allianz besteht. Jedoch haben beide in der Vergangenheit das Interesse geäußert, hier uns beitreten zu können. Aber Nigeria hat das jetzt wieder auch zurückgezogen. Oder es wurde abgelehnt von Mosambik. Eins von beidem. Aber genau, wir werden jetzt Krieg erklären. Und zwar gegen Kamerun. Ich denke, wir sind bereit. Wir haben zwei Artis hier oben, zwei hier unten. Wir haben weitere Arti, die morgen auf dem Weg sein wird. Eine aus Windhoek in 8 Stunden. Eine aus Kongala in 14 Stunden. Und damit sollte das nicht zu schwer sein. Sie haben keine großen Festungen. Dementsprechend, denke ich, reichen die zwei Artis aus. Vor allem aber, sie können nicht wirklich irgendwas gegen uns tun. Wenn wir sie jetzt bombardieren, dann müssten sie eigentlich uns angreifen, was zu countern. Und dafür bin ich auch, denke ich, ganz gut vorbereitet. Das heißt, wir werden diesen Krieg jetzt erklären und beginnen damit, ihre Fabriken langsam, oder ihre Festungen, Verzeihung, langsam aber sicher zu zerstören. Und dann eben Stück für Stück vorzurücken, bevor sie in der Lage sind, hier irgendwas zu mobilisieren. Irgendwelche Artis zu bauen selbst. Das wäre nur für uns schlimmer von den Verlusten her. Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir mit dem Angriff jetzt auf Oeso. Das wird die erste Stadt seiner Reichweite. Sogar in der Reichweite von Gemina aus. Und danach wird dann diese Armee nachrücken aus Lamparene. Die wird vermutlich zuerst Bata bombardieren, weil dort steht deren Kavallerie. Und die würde ich gerne noch zerstören, denn die ist die größte Waffe, die sie haben, die größte Gefahr. Und das wollen wir dann nicht. Das heißt, ja, Krieg erklären. Das machen wir jetzt. Wir suchen nach Kamerun. Da ist es auch schon. Und meine Einstellung wird geändert zu Krieg. Wir möchten den Krieg erklären. Und damit herrscht Krieg. Und damit beginnen wir direkt mit der Bombardierung von Oeso. So, sobald geladen wird, dann auch direkt der erste Kampfbericht. Und der braucht noch eine Sekunde, wie es aussieht. Jetzt ist es passiert. Noch kein Schaden, aber das ist okay. Okay, wie gesagt, die stehen in der Festung. Das heißt, die sind da relativ sicher. Aber die Schäden durch die Artillerie werden langsamer mehr werden. Und dann wird diese Festung in den nächsten zwei bis drei Stunden, denke ich mal, fallen. Und gleichzeitig dann der Angriff von Lamparene aus auf Bata in 19 Minuten. Und damit hoffentlich deren Kavallerie zerstört werden. Und dann dürften sie auch keine wirklich guten offensiven Möglichkeiten mehr haben. Sie haben durchaus noch Truppen. Die meisten werden hier oben stehen in Saar. Sie haben leider nicht, wie ich gehofft habe, den Sudan angegriffen. Das hätte uns eine Ablenkung gegeben, hier anzugreifen. Leider war das nicht passiert. Das heißt, sie werden da auf jeden Fall noch eine kleine Armee stehen haben. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir jetzt hier so schnell wie möglich viel Schaden anrichten, den sie nicht so leicht reparieren können. Und dann uns eben dieser großen Armee stellen, gemeinsam mit unserer Artillerie. Ja, so sieht es aus. Gleichzeitig habe ich einen Kreuzer. Der wurde gebaut in Kapstadt. Und der ist gerade auf dem Weg mit 7000 Truppen Richtung Jamestown auf St. Helena. Und der wird dann dort diese Insel bombardieren und die Infanterie wird anlanden. Und dann werden wir Jamestown einnehmen. Wir werden da den Trick nutzen mit der KI. Das heißt, der Kreuzer wird draußen geparkt werden, wird Jamestown bombardieren. Von der anderen Seite wird gleichzeitig die 7000-Division landen. Und dann wird sich die KI aus der Festung rausbegeben und versuchen einzuschiffen, den Kreuzer anzugreifen. Und dann können wir kampflos Jamestown von hinten einnehmen und müssen keine Verluste hinnehmen. Das wird sehr gut sein. Und vor allem, da werden ja auch die Einheiten sich auflösen, die Truppen, die da stehen. Und dadurch müssen wir auch um den Kreuzer uns keine Sorgen machen. Und das wird uns dann eine schöne Basis geben hier im Atlantik Richtung Südamerika. Und außerdem auch mehr Stahl. Und dazu noch eine weitere Hauptstadt, die unsere Moral boosten wird. Also ja, das wird auch sehr wichtig sein. Und dann wird vermutlich morgen oder übermorgen hier Mosambik angreifen in Äthiopien. Das ist ihr Plan. Sie haben bereits Artillerie hier. Sie möchten den Angriff komplett ohne uns durchführen, was ja auch verständlich ist. Das heißt, sie werden das hier einnehmen, nochmal schön wachsen können. Sie werden auch gleichzeitig mit ihrem Kreuzer hier dann die Kumoren angreifen können. Ich dachte, sie hätten einen. Oder auch nicht. Hatten sie keinen Kreuzer? Moment mal. Ich hätte schwören können, sie hätten einen Kreuzer gehabt. Sie bauen hier unten eine Artillerie. Sie bauen hier oben. Ach, hier bauen sie einen Kreuzer. Okay, sie bauen einen Kreuzer an einem Tag. Ja, dann können sie auch von dort dann die Inseln angreifen. Das wird okay sein. Wenn sie ja Truppen sammeln, dann haben sie da die Möglichkeit zu. Genau, sie sammeln hier bereits Truppen. Und dann können sie auch da die Inseln nehmen. Auch diese Inseln hier können sie einnehmen. Das wird ihnen auf jeden Fall sehr gut tun. Da ist Mosambik in einer sehr guten Position. Und ja, dann des Weiteren. Japan hat jetzt hier China komplett oder zumindest den Osten von China komplett eingenommen. Die chinesische Republik ist weg. Gleichzeitig ja weiterhin Frieden hier drüben. Das heißt, die Philippinen haben sich zugewandt Richtung Borneo. Haben jetzt hier bereits einen kleinen Teil eingenommen. Schiffen gerade ihre Artillerie rüber. Ihre Kreuzer sind bereits da. Dann werden sie vermutlich auch noch Malaysia angreifen demnächst. Und sich dann hier in Indonesien ausbreiten. Was ja für sie ganz gut ist. Ich denke, das ist die bessere Wahl, als hier irgendwie mit Japan sich zu bekriegen. Das wird erstmal nicht gut gehen. Sie müssen lieber eine gute Position hier aufbauen. Und dann schauen wir mal. Und ich sehe gerade, Neuseeland wurde angenommen tatsächlich. Das finde ich gerade ein bisschen schwierig. Weil ich wollte eigentlich vorschlagen, dass wir uns verbünden mit den Vereinigten lateinamerikanischen Nationen. Denn die wären ja theoretisch ein besserer Ally. Weil wenn sie jetzt hier ganz Südamerika vereinigen, wäre das eine extrem starke Nation. Die zum einen eine kleine Gefahr wäre. Nicht unbedingt Gefahr, aber eher ein Konkurrent wäre. Aber zum anderen auch, die so ein bisschen Japan ihren Schach halten können. Die könnten ihr helfen über See, dann in den Philippinen und so. Besser denke ich vielleicht als Neuseeland. Und zumindest, das hier ist eine doofe Konstellation. Jetzt hier Papua-Neuguinea zu haben, die sehr klein sind. Und die jetzt hier glaube ich auch angreifen werden. Oder was ist das hier genau? Jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, was das hier soll. Wissen die jetzt, wer alle jetzt sind? Wollen die hier angreifen? Das sieht so ein bisschen so aus. Warum greifen sie nicht die KI an? Greifen sie die KI an? Ich weiß es gar nicht. Warum landen sie hier in McKay? Gute Frage. Das könnte Krieg bedeuten. Vielleicht haben sie gar nicht gewusst, dass wir alliiert sind. Das wusste ich ja selbst noch nicht. Das wurde scheinbar heute angenommen. Ich bin nämlich nicht Lieder der Koalition. Aber wir tauschen uns eng mit Mosambik aus. Ich dachte, der Plan wäre nicht gewesen, hier Neuseeland reinzulassen. Beziehungsweise dann einfach Papua zu kicken. Und ja, weil die einfach nicht groß genug sind. Die bauen auch bisher noch nicht sehr viel. Die haben erst eine Artillerie gebaut. Die Stats von den ganzen Leuten sind relativ ähnlich. Also sowohl Neuseeland als auch Papua als auch Burma haben sehr ähnliche Stats. Burma ist ja auch jetzt in einer anderen Koalition hier mit... Oh nee, das ist Matras. Burma wollte ja mit uns rein. Die werden vermutlich in der Koalition hier joinen. Genau, wir wollten eigentlich Papua kicken. Und dann dafür maybe die hier reinlassen. Aber das ist jetzt wohl nicht passiert. Vielleicht dann in der Zukunft. Mal schauen, was auf jeden Fall hier passiert. Das wäre spannend zu wissen. Und ähm... Soweit baut jetzt hier Neuseeland auch noch gar keine Einheiten. Sie haben jetzt hier alles deaktiviert. Sogar das Wehramt. Das ist... Also... Ja, vielleicht doch nicht Neuseeland. Das ist vielleicht wirklich keine gute Idee. Also äh... Das ist alles mir so ein bisschen zuwider. Die Allianz war ja eigentlich auch eher ein Zweckbündnis. Dass wir eben die so ein bisschen supporten darin, hier Japan in Schacht zu halten. Nicht wirklich mehr. Ähm... Wir können denen nicht helfen. Sie können uns aktuell nicht helfen. Und was auch mal die hier machen, ist mir eigentlich egal. Von daher... Äh... Ja, ich weiß nicht. Ähm... Also... Das lässt mich nicht so hoffen, dass jetzt hier... Was jetzt hier passiert. Diese komischen Gebäudestrategien. Klar, jeder spielt das Spiel anders. Ähm... Das ist halt nur für meine Ansprüche, was eine Koalition angeht. In der ich auch gewinnen möchte. Eben dann nicht so ideal. Ähm... Einfach weil das wird echt schwer. Dann ne? Diese Leute muss man eben dann nicht das Game so ein bisschen carryen. Und das können wir, glaube ich, einfach nicht. Ne? Wenn das jetzt eine normale Runde wäre, wo Japan nicht so groß wäre. Sure. Aber Japan ist so eine Riesengefahr. Wir müssen ja eine 100% fähige Koalition aufstellen. Die Japan irgendwie in Schach halten kann. Denn... Äh... Daher... Äh... Ja, äh... Ich glaube nicht, dass wir das so machen wollen. Also, ich werde nochmal mit Mosambik nicht bereden. Und den Philippinen auch. Schauen, was die so wollen. Weil... Die beiden hier... Ich weiß nicht, was das wird. Also, mal schauen. Ähm... Vielleicht können wir auch alles den Philippinen geben. Mal gucken, wie das läuft. Mal gucken, wie die sich anstellen. Hier in Borneo. Ähm... Ohne Goldmark. Wir werden es sehen. Und dann eventuell schon mal Tür und Tor offen halten. Für Lateinamerika. Für vielleicht auch Ontario. Ähm... Die ja groß sind. Äh... Oder Kanada eben. Oder sogar Alaska. Es sei denn, die bauen hier irgendeine eigene kleine Koalition auf. Wir werden sehen. Es ist eine sehr aktive Karte. Sehr spannende Karte. Auch Europa hat noch einige aktive Leute. Asien eben sehr groß. Ich finde das sehr cool. Das ist eine sehr, sehr spannende Karte. Also ja, wir werden es sehen. Und, äh... Damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.